Was ist das, was du kennst? Schon als Kind habe ich immer Freude an Hunde gehabt. Ich habe jede Gelegenheit wahrgenommen, mit unserem Barry ein Spiel einzuüben. Und das hat mir gefallen. Später habe ich mich entschlossen, mir selber einen Hund suchen zu tun. Und habe nach einer aktiven Beschäftigung gesucht, die mir uns zwei Freude macht. Das Schlüsselerlebnis war, als ich mit meinem Hund spazieren zu tun. Und da hatte Redog eine Demo, wo sie vorgeführt haben, was sie machen. Mein Hund hatte Freude und dann wusste ich, das machen wir. Ich finde, wir haben alle ein schönes Leben hier in der Schweiz. Wir haben alle Ressourcen um uns herum. Mir selber geht es sehr gut. Ich bin gesund. Und ich bin der Meinung, dass ich einen Teil von meinem Leben auch an der freiwilligen Arbeit einsetzen kann. Und vielleicht jemandem helfen, der das benötigt. Wie ist das Training für die Hunde? Wie ist das Training für die Hunde? Wie ist das Training für die Hunde? Jedes Training ist eigentlich eindrücklich. Vor allem, wenn man sieht, was unsere Hunde leisten. Das ist wirklich cool. Und wie wir uns verlaufen können, wie wir im Team arbeiten. Wir haben uns auf jeden Fall gefahren. Ein Highlight war natürlich dieses Jahr, als wir einen Heli-Flug gemacht haben, und wir wurden unten dran gehängt, mit einem langen Seil hochgezogen, und transportiert, und am anderen Ort wieder runtergezogen worden. Und erstaunlich, wie der Hund eigentlich das ist. Er hat cool genommen gesagt, wenn du bei mir bist und ich bei dir, dann stimmt's. Ich möchte alle Leute motivieren, die in dieser Situation sind wie ich, dass sie sich selber engagieren in ihrer freiwilligen Arbeit, sei es beim Roten Kreuz, sei es irgendwo. Und das wäre schön, wenn wir uns an einem Ort treffen würden.